Ganz egal, wie viele Leute sie wählen. Das ist so. Jetzt ist es raus. Die CDU, sie bleibt links, beziehungsweise sie geht weiter nach links. Und ihr erinnert euch noch vielleicht an Annalena Baerbock, die mal sagte, egal, was meine deutschen Wähler sagen, jetzt kommt Friedrich Merz, der sagt, egal, wie viele Leute die AfD wählen, wir werden mit ihr niemals zusammenarbeiten. Aber dem noch nicht genug, er setzt noch Verleumdung obendrauf. Ich erwarte eine Unterlassungserklärung, die Herr Merz bald gegenüber der AfD abgeben muss. Damit aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wieder völliger Wahnsinn, Friedrich Merz, unser neuer Bundeskanzler in Spee, kann man sagen. Niemand hat im Moment die besseren Chancen wie er. Und er versucht jetzt hier eine ganz perfide Strategie. Ich habe ihn wohl langsam etwas durchschaut. Ja, ich habe viele Behauptungen aufgestellt von strategisch, man könnte CDU wählen nächstes Jahr. Er treibt jetzt die Regierung vor sich her. Inzwischen sieht es allerdings so aus. Er versucht nur, die Regierung so weit vor sich her zu treiben, damit sie das Thema der Migration abräumen vor der nächsten Bundestagswahl. Stellt euch vor, sie machen jetzt die Grenzen zu für fast ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl und drücken die Zahlen nach unten. Dann würden viele in diesem Lande sehen, dass der Staat doch handlungsfähig ist. Und Olaf Scholz wäre dann vermutlich der Verlierer, weil er sich hat von Friedrich Merz treiben lassen. Und dann hätte Friedrich Merz die Gelegenheit, die SPD zu zerlegen, ohne dass einem die AfD mit dem Migrationsthema mit 20 plus x Prozent im Nacken sitzt. Denn die Demoskopen, die untersuchen ja nicht nur die aktuelle Stimmung bei der AfD und bei den Parteien. Man weiß auch, würde die Migrationsfrage etwas besser geregelt und gelöst, würden viele bei der AfD ihr Kreuz dann doch nicht mehr setzen. Und genau das hat jetzt Friedrich Merz hier vor. Er hat es sogar in einem Interview direkt gesagt, dass er versucht, vor der Wahl hier das Thema vom Tisch zu nehmen, damit er keinen Wahlkampf über die Migration führen muss. Er sagte aber auch, wenn er einen Wahlkampf über die Migration führen muss, ist er dazu auch bereit. Also er schreibt sich hier auf die Brust, er will neuer Bundeskanzler werden ohne die AfD, aber er beleidigt die AfD am Ende noch. Wir schauen jetzt einmal hier rein. Er wurde ganz explizit gefragt, egal wie viele AfD-Stimmen oder AfD-Wähler es gibt, man wird sie ignorieren. Das müsst ihr gesehen haben, vor allem müsst ihr das gesehen haben vor der Wahl in Brandenburg. Lassen Sie mich ganz zum Schluss nochmal einen Schlenker zurück machen und zwar zu den Landtagswahlen, die gerade waren. Die Koalitionsgespräche, sie haben noch gar nicht begonnen, es ist nicht klar, was passiert. Das ist aber klar, was der Wähler wollte. Der Wähler wollte einen Regierungswechsel und zwar Richtung Konservativ und bekommt jetzt höchstwahrscheinlich Gespräche zwischen CDU und Bündnis. Sarah Wagenknecht. Ist das die richtige Botschaft an den Wähler, bezugnehmend auf Bundestagswahl 2025? Wir haben den Wählerinnen und Wählern in Thüringen und in Sachsen, genauso wie jetzt in Brandenburg, immer gesagt, vor der Wahl und nach der Wahl nichts anderes. Es wird eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht geben. Die Wählerinnen und Wähler der AfD haben vor der Wahl gewusst, die Funktionäre im Übrigen auch, dass keine andere Partei, die CDU eingeschlossen, bereit ist, mit dieser Partei zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten, und ich spreche jetzt als Parteivorsitzende der CDU, wir arbeiten mit einer rechtsextremistischen Partei nicht zusammen. Bis dahin kann man die Aussage von Herrn Merz ja noch stehen lassen als Parteivorsitzender der CDU, aber jetzt holt er gleich zu einem Schlag aus, den die AfD mit Sicherheit nicht auf sich sitzen lassen wird. Erinnert euch daran, mir hat man mal eine Unterlassungsandrohung geschickt wegen einer Behauptung über einen gewissen Daniel Halember. Lange ist es her auf diesem Kanal, Video gibt es auch nicht mehr, aber was Friedrich Merz jetzt hier gleich behauptet, das ist, also, Leute, das ist ja, guckt es euch an. Ganz egal, wie viele Leute Sie wählen. Das ist so, und das müssen die Wählerinnen und Wähler wissen, und ich sage es immer wieder, ich bin nicht bereit, die Seele der CDU zu verkaufen an Leute, die den Holocaust und den Nationalsozialismus relativieren. Und das ist vor der Wahl klar, das ist nach der Wahl klar, und das bleibt für alle Zeiten klar, mit diesen Leuten nicht. Und das müssen sich die Wählerinnen und Wähler überlegen, das ist ihre Entscheidung, die Wähler entscheiden, so ist die Demokratie, aber wir entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten, mit denen nicht. Was? Die den Holocaust relativieren? Was? Ich glaube eher die ganzen anderen, die aus dem Treffen am Lenitzsee die Wannsee-Konferenz 2.0 gemacht haben. Denn auf der Wannsee-Konferenz 1.0 wurde die millionenfache Deportation und Ermordung von Juden beschlossen und thematisiert. Und hier relativieren immer die anderen die Zeit des Nationalsozialismus in diesem Lande. Und ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn sie jeden als Nazi oder Faschist bezeichnen. Sie ignorieren wirklich die Geschichte, die unser Land trägt. Was für Verbrechen hier begangen wurden, ja, auch von den Alliierten wurden Verbrechen begangen, möchte man gar nicht unter den Teppich kehren. Erinnert euch mal an das Kriegsgefangenenlager in Pretzenheim, wie viele dort elendig gestorben sind. Aber das sind andere Diskussionen, viel schlimmer ist doch, was er hier gesagt hat. Das ist so und er ist nicht bereit, die Seele der CDU zu opfern. Ich bin gespannt, wie sie das dann am Ende machen wollen. Rein rechnerisch hat ja die CDU im Moment keine Option, außer einer großen Koalition. Es reicht nicht mit Schwarz-Gelb, es reicht nicht mit Schwarz-Grün, es reicht nur mit Schwarz-Rot. Selbst eine Ampel reicht ja nicht mehr. Und dann, sie können auch Jamaika machen, ja, klar. Sie können statt Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün beides machen, wenn sie da drin sind. Aber es ist völliger Wahnsinn. Das Schlimme ist ja, bei einer Bundestagswahl wäre es wichtig, wenn wir dann eine handlungsfähige Regierung haben, die sich nicht so oft streiten müssen wie die aktuelle, dass sie keine Regierung 2025 mit der AfD machen, ist auch völlig logisch. Dazu ist, also da ist noch ein langer, langer Weg, bis so etwas überhaupt denkbar wird, ja. Sagbar ist es gerade so am Rande. Und wenn man die falschen Leute fragt, dann zeigen sie einem den Vogel. Aber jetzt in Brandenburg haben sie hier nochmal die Möglichkeit zu zeigen, das BSW hat sie auch schon verraten, die CDU hat sie auch schon verraten und der Woidke in Brandenburg. Naja, kann ja jeder mal unter dieses Video kommentieren, was er von Woidke hält in Brandenburg, wenn er sowieso sogar vielleicht in Brandenburg wohnt. Hier schauen ja auch einige zu. Aber man hat jetzt in Brandenburg noch die Chance, als AfD alleine zu regieren. Und das hängt am Ende damit zusammen, wie viele sonstige Parteien dann rausfliegen. Jetzt mal angenommen, Grüne, Linke, Freie Wähler, FDP und die Sonstigen, die haben alle unter 5%. Und wenn jetzt jede 4% hat, 5 mal 4% sind das 20% der Stimmen, die rausfallen bei der Gewichtung. Also wäre rein rechnerig dann mit 40% Wählerstimmen hier schon eine Mehrheit vorhanden. Und das haben sie im Moment nicht auf dem Schirm. Die Demoskopen, sie platzieren sie auf 26, 27%. Und da ist ja immer die Fehlertoleranz noch mit eingerechnet. Letztes Jahr, vor Gründung des BSW, waren sie in Brandenburg schon mal bei 34%. Da ist der Schritt nicht mehr weit, um es dann zu schaffen, um fast wirklich alleine regieren zu können. Was sie wahrscheinlich hier auf jeden Fall am Ende bekommen werden, ist die Sperrminorität. Alleine aufgrund der Tatsache, dass so viele kleine Parteien herausfallen. Aber ihr seht ganz deutlich, wenn ihr schwarz-blau wollt, müsst ihr blau wählen, schwarz findet. Also es findet überhaupt keine Beachtung, keine Reaktion. Es wird vollständig wegignoriert. Und wenn sie jetzt, wie Friedrich Merz das in einem anderen Interview schon angedeutet hat, die Migrationsfrage lösen, dann laufen bei der AfD selbstverständlich wieder Wähler weg. Und am Ende sieht es dann für die CDU wieder ganz gut aus. Also sie spielen hier sozusagen 4D-Schach. Ja, also die ganze Politik ist ein 4D-Schach am Ende. Die einen wissen immer mehr als die anderen und so weiter. Und jetzt sieht es hier wirklich so danach aus, als wolle Friedrich Merz dann lieber abtreten, als dass seine CDU seine Seele opfert. Ja, die Seele haben sich schon geopfert bei der Euro-Rettung 2015. Wir schaffen völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Ich bin aber gespannt auf eure Meinung. Kommentiert unbedingt mal dieses Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, ja, damit ihr die Videos auch nicht verpasst. Ansonsten drückt den Daumen hoch. Das hilft auch immer sehr gut mit dem Algorithmus. Und ansonsten sage ich ciao. Bis bald.